Jo, von der Back, ihr sollt das Ganze hier in dem Video nicht zu ernst nehmen, das Ganze ist nur als Joke gedacht, ich mag sowohl Regi als auch Full Life Games richtig gern und ich finde der ganze Trubel da drum ist ein bisschen lächerlich irgendwie, ich weiß nicht, es ist viel zu heiß diskutiert und so weiter und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch ganz lustig, das Ganze ein bisschen spaßhafter zu sehen, kann man das so sagen, ich glaube schon, deswegen nehmt das Ganze mit Humor und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Yo, what's fucking good, Internet? Oh nein, bitte nicht, 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 oh nein, ihr habt auch alle Jirachi dabei, ihr müsst wissen, lol, ihr müsst wissen, wir machen heute ein Battle Royale und das Thema ist heute, welches Pokémon würden wir in der GPL bannen und wir haben einfach alle Jirachi, was ein Zufall, oh lol, krass, als ob wir alle daran gedacht haben, ich weiß nicht, das ist halt einfach saustark, heftig, boah, ihr seid alle clever, ja, das ist einfach das beste Pokémon, also, also, das Team-Building sollte eigentlich immer so laufen, ich wollte eigentlich dreimal Relaxo mitbringen und ich finde, das ist auch ne perfekte Situation, um mal zu diskutieren, wie, was haltet ihr von Jirachis, ich finde, das ist ein schönes Pokémon, oder? Viel zu stark. Also, ich bin dafür, dass wir einfach alle Sekundäreffekte bannen, es ist einfach broken, man kann es nicht auch helfen. Sollte ich sagen, noch wer dabei ist, oder? Die Leute kennen euch gar nicht. Dabei ist heute der Melewius. Hallo, ich bin Melewius. Der Professor N. Hi, abonniert nicht, clever. Ich bin Professor N. Und der Clever. Hallo, ich bin clever. Hallo, ich bin Full Life Games. So, Leute, so, wir sind wieder da bei Black Battle. Du hast Bene nicht richtig nachgemacht. Hallo. Hallo, hier ist mal wieder euer Full Life Gamer. Und wir sind wieder da und mein Play ist aufgegangen. Ich glaube, N analysiert auch die Teams, kann das sein? Ja, Ende muss noch schauen, welche drei Pokémon bieten sich hier am besten an. Vor allem, ich muss auch wissen, was ich eigentlich leide. Ich bin sau cool, schaut euch mich an. Ich bin richtig langweilig. Ich bin die hübscheste von uns. Ich bin die hübscheste von uns. Ich habe nicht meine Hose eingestellt. Hä? Ich habe sogar die... Ich wäre ein eins cooler Dude, Mann. Ich habe sogar die bessere Royale-Hose. Oh, ich hoffe, ich komme aus dem Despooter raus. Bitte, bitte, bitte. Life Gose. Bitte, lass mich aus dem Despooter rauskommen. Life Gose, Mann. Bitte, bitte. Ich will aus dem Glurak rauskommen. Leute, ich habe noch nie dieses Spiel spielt. Ich komme aus dem Despooter raus. Dennis aus dem Despooter rauskommt. Bitte, lass mich aus dem Glurak rauskommen. Maxx, Alter, wie langsam. So eine Scheiße. Hey, das ist auch cool. Trottel. Ich komme aus dem Garados, Junge. Der hat so einen großen Mund, da passt mein Dick dreimal rein. Was, so oft? So, nur einmal. Warte mal, wie heißen die Pokémon alle bei euch? Also, ich habe einen ganz guten Namen ausgewählt. Ich habe auch einen ziemlich guten Namen. Jirachi. Ups. Wow, wow. Nevis, bist du ein Lackweiler. So lackweilig, ey. Meins heißt Hate, please no. Okay. Jirachi, Jirachi und Scarf. So, ich habe genau eine Antwort. Es ist halt jetzt schwierig. Was ist denn jetzt hier der Play... Was soll man machen? Wie geht das? Erklär es mir. Achso, sobald jemand gar keine Pokémon mehr hat, dann ist es automatisch vorbei. Ja. Und wenn du Kills machst, dann kriegst du Punkte. Ja. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal gucken, wen werde ich davon entnehmen. Äh, Ene, Ene. Ich nehme N. N. Ich brauche meine Revenge. Ene, Ene. Ich nehme N. N. Die Revenge. Ich brauche meine Revenge, Mann. Läu, deswegen denn... Ich brauche einen Pokémon, deswegen kann ich jetzt auch eins schlagen. Deswegen denn eine Revenge? Also, ich muss ja hier rauswechseln, weil mein Pokémon kann einfach nichts gegen euch machen. Ne, gegen Jirachi ist halt echt. Kannst du echt nichts machen. Also, muss ich in meinen einzigen Counter gehen, den ich habe? Einfach gepressured wurde. Ich weiß noch nicht ganz, in welches der beiden Pokémon ich gehen soll. Ich bin echt gespannt, was er jetzt rausholt. Ich sehe, was du meinst, Alter. Er geht echt in Jirachi? Oh, leid, das habe ich prediktet. Das war ein richtiger Play. Ich habe es prediktet, ich habe es prediktet. Ey, das war echt kein Play, Mann. Warum geht die alle für Kertwände? Wieso macht ihr sowas? Warum bist du langsam wie so ein Schnitzel? Mit Rise of Scarf? Bist du etwa nicht Scarf? Hast du uns angelogen, oder wie? Vielleicht verliere ich auch alle Speed-Tiles. Ja, weil das schlecht ist, Mann. Aber Endo hast du kein Switch-In. Du hast kein Switch-In, Alter. Pass auf. Ja, das ist schwer. Ich wünsche deinen Switch-In. Wichtig schlecht. Warum sind die alle shiny? Die sehen so schön aus. Ich sehe richtig schön aus. BAM! Da hat jemand Wahlband. Try harder. Ein nicht-Wahl-Scharf-Scharf. Alter, Timo, nicht cool, Mann. Jungs, bitte. Die gehen doch eh jetzt alle auf Ende. Mit Leftovers. Jungs, bitte. Also ich weiß, was ich jetzt tue. Ich weiß auch, was ich tue. Der einzig sinnvolle Play hier. Ich weiß immer, was ich tue. Deswegen habe ich auch gegen Labber gewonnen. Warte. Warum hast du einen Feuerschlag? Oh, nein. Oh, ihr tankt das Phoenix. Stop! Als habe ich keinen Dunkel. Thank God. Als ob ihr alle Feuerschlag habt. Mann. Ich glaube, ja, ich glaube, Erasers ist wirklich so ein bisschen durchgezogen. Was? Warte, als ob du auf mich gegangen bist. Du dummer Wichser. Ja, weil ich dachte, jeder wird jetzt endfokussen bei der Weakles. Habe ich auch, ja. Woher gibt das denn Sinn? Du bist hälzig. Deswegen muss man Glibber angreifen. Das Spiel macht doch allgemein Sinn, oder? Nee, das ist eigentlich richtig merkwürdig. Ich verstehe es bis heute noch nicht. Vor allem, warum es aufhört, sobald alle verloren haben. Ich bin gerade Erster. Mann. So. Das ist so ein FFA für Arme. Ich habe es gesagt. Das stimmt auch. Aber. Call it. Aber die Kulisse sieht cool aus. Leute, es reicht jetzt. Ich finde, ich sollte nochmal aus dem Despot her kommen. Beim nächsten Mal komme ich aus Glorak. Du bist bei Nemesis. Hier kommt Nemesis. Sieht man doch. Griechisch. Griechisch. Ich muss das. Ja. Wies auf mich. Ich habe Glibber ausgenommen. Was passiert, wenn ich jetzt auch N angegriffen habe? Habe ich N angegriffen? Weg mit dir. Zack, zack. Erster Kill. Oh, Ladies. Oh, Ladies. Du hast noch viel zu lernen. War eine 55-50. Was? Du bist so ein Anfänger. Fuck. Der hat nicht mal einen Kill. War eine 55-50. Warte, du greifst einfach nicht mal mehr die Pokémon an, die dann noch dastehen. Nee, scheinbar nicht. Richtig schlecht, ey. Aber die Pokémon sehen richtig cool aus. Wenn die sterben, habt ihr es gesehen? Die coolen Symbole. Ja. Ja, man. Da kommt so ein kleiner Funk aus. Richtig cool. Richtig cool. Da hat es gepunkt zwischen mir und Ladies. Schön. Was? Lol. Gleiche Idee, Mann. Ich habe auch Rachi eingesetzt. Oh, lol. Was ist das? Oh, wir sind einfach Seenverwandte. Alter, die Usage von Jirachi geht gerade through the roof. Holy fuck. Okay, wen greife ich an? Leute? Ich glaube, ich gehe auf Jirachi. Ja. Oh, wow. Ich glaube, ich gehe auch auf Jirachi. Wie? Ich bin der Schnellste. Finde ich schlecht? Oh, nein. Nee, der Wut viel zu stark, Alter. Viel zu. Oh, lol. Jetzt geht's los. Easy. Jetzt geht's los. Oder normal. What? Ah. Jetzt geht's los. What? Oh, yeah. Goldene Zeiten. Oh, nein. Der wusste alle seine Sands plus zwei. Nein. Was? What? Bitte, was? Das war auf Overdrive. Sunlight Hero Overdrive. Ich finde es mal nicht unfair, dass du mich geburned hast. Zwischen mich am Hörhinn. Alter, der kommt richtig böse. Warte, was? Du bist bestimmt auf Razer gegangen. Razer, Razer, Razer. Nein. Tag ich easy. Ja, ich bin geburned. Do things to save? Nothing. Yummy. Und es hat nichts. Ja, weil ich geburned bin. Ich bin auf Girachi gegangen. Ich bin doch im Game. Aber wir müssen jetzt schauen, wer der Fred ist, okay? Clever. Eindeutig clever, oder? Das ist halt immer clever, lol. Na klar, wer denn sonst? Guck dir einfach mal an, wie sein Girachi gewinnt. Ich habe überhaupt nicht an Z-Goldene Zeiten gedacht. What the fuck? Ich wusste immer, dass das überhaupt ein Move ist. Was macht der? Der boostet alle Stats plus zwei. Der boostet alle Stats auf plus zwei. Eigentlich wollte ich ja dreimal Scarf mitnehmen. Ich wollte ja eigentlich drei Scarfer mitnehmen, aber dann habe ich das gesehen und es war einfach zu gut. Sogar Greninja kann das. Oh, nice. Also ich kann ein Burn kriegen. Das ist nicht der Thread. Da war auf jeden Fall das geburnete Girachi, der Fred. Kann man nicht anders sagen. Ich finde das toll. Es geht mir nur um die Kills, Leute. Ich will das gewinnen. Es geht um deine Ehre. Ja, natürlich. Was sonst? Wie viel Schaden hat überhaupt dir so einen Feierschlag gemacht, ey? Wird sich schlecht. Auf wen? Ich hasse dich. Achso, auf mich? Ist er echt so, seine Girachis sind richtig kacke. Hat Rays eigentlich noch alle drei? Nein. Leute, denkt dran, wenn wir jetzt den Levis rausnehmen, ist das Spiel vorbei. Also dann habe ich gewonnen. Also los auf ihr Levis. Los. Los. Also ich finde eine gute Idee. Hm. Hm. Ich finde es richtig geil. Also dafür, dass du hier dreimal Girachi mitnimmst, finde ich das gerechtfertigt. Als ob Timo auswechselt. Jungs, da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Ist das schlecht. Ist das einfach schlecht. Das war einfach der richtige Spiel. Oh, nice. Ich konnte halt einfach nicht drin bleiben. Das Matchabald absolut schlecht für mich. Das stimmt. Oh, dann muss ich mich rauswechseln. Das riech aber auch so. Da habe ich einfach die Situation perfekt erkannt und konnte Girachi nicht drin lassen. Wisst ihr, was ihr eigentlich die ganze Zeit schon falsch macht? Ihr spielt nicht den richtigen Move, Leute. Ich dachte gerade zu sagen, ich spiele nicht das richtige Mon. Nein, ich packe jetzt ein. Ja, ganz ehrlich. Ich packe jetzt auch recht zu. Jetzt kommt er mit Scarf Ironhead. Jetzt gönne er sich richtig. Oh, mein 3D ist das rot. Moment. So, jetzt reicht es hier. Und wer will es jetzt abbekommen? Hä, hä? Ich mache euch kalt. Los. Feuerball. Los. Feuerball. 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 Auf geht's, Leute. Los, Mann. Levis. Oh, Mann, ey. Levis. Ich habe natürlich mein Ladekabel schon bereitgelegt, weil ich ein professioneller YouTuber bin. Meins hängt sogar in meinem Ladekabel. Professioneller YouTuber, der nie Videos hohe hat. Das kommt dir nur so vor. Das habe ich nicht gesagt. Echt nicht. Please no hate. Der hat mich einfach gehatet. Leute. What? Der ist ausgab. Was? Du bist auf das falsche gegangen. What? Du bist auf mich gegangen. Ja. Alles klar. Hey, du bist auf Tirachi gegangen, obwohl da noch Tirachi stand. Habt ihr auch ein Disconnect? Nein. Was? Bei mir passiert auch noch nichts. Hey, es funktioniert noch alles. Verbindung wird hergestellt. Bitte warten. Ja, bei mir nicht. Ich bin raus. Als ob. Ah. Hä? 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 Hält's ab, es läuft doch noch. Hex. Für dich spielt jetzt ein Computer. Ja, so eine Kacke. Hä? Levis, was stückelt ihr nicht? Oh, lol. Rip me. Ich will Kills. Ich bin richtig kacke im Battle Royale. Okay, mein Computer muss mir jetzt carried, Alter. Ich bin richtig kacke im Battle Royale. Ich bin auch auf N gegangen. Oh, wow. Los, Tirachi. Oh, wow. Das ist fehlgeschlagen. Das ist schade. Hm. Wieso geht das noch weiter? Es geht weiter, alles gut. Aber das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Weil so kommt es halt nicht zu einem Disconnect. Ich glaube, du gewinnst schon noch. Keine Sorge. Hoffentlich. Ne, bis Zweiter. What? Ich will ja nichts sagen, aber Levis hat drei Kills. Und Razor keinen. Hoh? Hallo. Wie, Levis hat drei Kills? Ja. Hi, ich bin Levis. Dein Computer ist ja irgendwie nicht so gut. Deswegen wäre es irgendwie nicht so schlau, auf mich zu gehen. Wie ich nur mal gesagt habe. Ich habe direkt den Fred erkannt. Das ist nicht dead. Oh, nice crit. Ich weiß nicht, ob der mich gegritt hat. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Komm, Magic. Bitte nicht. Bitte. Burn, 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 burn. Bitte. Alter. Ja, ja. Das ist so gut. Oh, jetzt hätte ich einen Kill bekommen. Nee, das ist so gut. Okay. Den hätte ich gedodged. Weg mit der Scheiße. Wurde ein Chirachi dabei? Das ist auber. Nee, nee, ich wurde geflincht von dir. Ich hasse deinen Computer. Der ist böse. Darf ich mich für den richtigen Move machen? Oh, es liegt mir geil. Oh, ihr seid beide auf ihn. Okay, ja, warte, wer hat jetzt gewonnen? Äh. Ich glaube, N. Ja, ich muss gewonnen haben, weil ich der letzte bin. Ich habe auch drei Kills gemacht. Ich habe auch drei Kills. Warte. Glebber hat gewonnen. Was? Warum? Hä? Warum? Ich hatte auch zwei Kills. Ich weiß es nicht. Ich habe drei Kills gemacht. Aber du hattest drei. Ach so, ich weiß warum. Glebber hatte zwei Kills und noch zwei lebende Pokémon. N. Hatte zwei Kills und noch ein lebendes Pokémon. Und Levi's hatte drei Kills, aber gar kein lebendes Pokémon mehr. Deswegen hat Glebber gewonnen. Das ist dumm. Sein Computer hat gewonnen. Sein Computer. Oh, Mann. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lass doch bei Glebbers Computer ein Abo da. In der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Battle Royale. Macht's gut und tschüss. 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 Tschüss.